Ich hab Beweise. Das ist Karl Meide. Und nachdem du ja eine Geliebte mein Be... Ja, das wär's dann eigentlich. Lass uns schlafen gehen. Nein. Was ist denn da noch? Da wär noch die Rechnung und der Liebesbrief. Einen geilen Geil. Zunächst setzt du dich so auf. Da kann doch Affären haben mit... Oh. Klärt aber immer noch nicht, warum Sie den ganzen Abend... Das soll ich jetzt glauben. Was für ein Abend. Aber da sieht man doch mal wieder, wie wichtig es in einer Ehe ist, dass man sich immer die Wahrheit sagt.